Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen GTA Video. Ich habe hier ein bisschen random, einfach mit Red und Wolfe ein bisschen GTA gespielt. Es ist ganz lustiges Zurücks passiert und deswegen zeige ich euch das jetzt mal so ein bisschen und ja, viel Spaß. Ich komme hoch, ich komme hoch. Meine G-Klasse. Nein, bitte fall nicht runter. Nein! Oh, meine G-Klasse. Ey, Wolfe, willst du mal mein cooles Auto sehen? Wenn ich hier mal rauskomme? Ey, kam gerade ein Passant, der komplett kaputt war. Nein! Nein, nein, nein. Oh, Leute, ich fliege! Ach, dieser LKW. Ach, Mann. Irgendwie ist ein bisschen... Oh, Gott, Alter. Oh, shit, ja, würde ich auch sagen. Warte, ich bin gerade nicht in-game. Oh, Gott, jetzt wieder. Oh, Leute. Nein, 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 nein. Warte, 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 warte. Warte ganz kurz, bevor du bitte nochmal crashst. Warte ganz kurz. Ich möchte dieses Wohnmobil. Ich möchte das Wohnmobil. Bitte halt es auf für mich. Und dann will ich dort einsteigen. Alter, ich will da... Oh, Gott, die Polizei hat sich selber erschossen. Warte, ich schick's dir. Ja, oh, nein. Das ist so ein bisschen zu weit geflogen, aber danke. Ey, Wolfe, du weißt doch nicht, was du in den Ferien machen willst. Willst du mit mir kommen? Ich habe so einen cool neuen... Äh, keine Ahnung, was ist es jetzt? Wohnmobil halt. Wohnwagen. Ja, Wohnwagen halt. Wo bist du? Äh... Oh, lol, da bist du. Moin. Okay, komm, wir fahren Richtung... Das war falsch, Rä... Oh, Gott. Warte, 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 warte. Wolfe, ich steige ein. Komm, ich habe... Ah, ey, Red, ganz ruhig, ne? Aua, aua. Neue Straßenzeile gewechselt. Du kannst einsteigen bei mir. Warte, ich schubst euch in den Urlaub, ja? Dann könnt ihr quasi fliegen. Ihr fliegt in den Urlaub. Okay, die Zeit vergeht wie im Flug gleich. Oh, Gott, alter, nein, das war mein Mann, das war der neue Van Red, aber, okay. Wir haben ein bisschen wenig Power, ne? Auf in den Urlaub! Bro, bruh. Ha, ha, hat super geklappt. Ach, man, alter. Dann werden wir mal einmal... Ah, wow! Dann werden wir mal einmal in den Urlaub und da passiert das. Oh, Gott. Ja, jetzt können wir hier Wildcamps, ne? Das ist illegal in Deutschland. Ja, wer juckt es? Ich komme nicht hoch, das Auto hat zu wenig Kraft. Warte, ich helfe euch, ich drehe euch an. Nein. Red, ich bräuchte es echt mal deine Hilfe. Ja, warte, ich komme schon. Oder Wolfie. Ich bin tot. Dann lohnen wir nicht. Oh, ha, 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 ha. Badman will mich nie besiegen. Straßenwechsel, Theorie. Oh, Gott, alter. Wow, lol. Oh, ha, 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 ha. Oh, ha, ha, ha. Ah. Nein, nein, nein. Oh, ha. Hat der ein Glück? Alter. Achtung, ich muss kurz in den Gegenverkehr. Hallo, Rettungsgasse, Leute. Rettungsgasse im Gegenverkehr. Mein Gott, hatte ich nie zur Schule gegangen. Oh, scheiße, ich bin stark. Ah, danke, Red. Aua. Nein, bitte nicht schießen. Ich will doch nur... Nein. Ja, ausgetrickst. Guck mal, wenn cooler Trick. Oha. Hallo, hallo, hallo. Wolfie. Ja. Wolfie, ich stehe einfach rein. Nein, ich muss Wolfie, komm her. Ich habe so einen Luxus. Nein, 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 aussteigen. Weg. Ah. Ja, mein Auto ist irgendwie in die Luft gefallen oder so. Oh, ich habe wieder eine G-Klasse. Ey, bitte. Nein, Wolfie. Oh, Gott, alter. Tuber, au, 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 alter, das neue Badmobil. Es kommt die ganze... Oh, ey, es kommt die ganze Zeit... Es kommen die ganze Zeit Autos geflogen. Ich komme nicht mehr da. Soll ich das Badmobil anfordern oder dieses Ding mit dem... diesen LKW mit vorne, diesen riesigen Ding dran? Oh ja, mit diesem Ding dran. Das hört sich doch gut an. Mein King. Aua, ich wurde schon im Lastwagen. Was? Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ich kann nicht. Ah. Oh, Alter. Meine Leiche wurde auch nochmal. Äh. Hallo. Ah. Gefahren. Wolfie, wirst du mit mir auf Lastwagen tun? Ich bin selber Lastwagen. Guck mal. Oh, Alter. Oh, lol. Oh, nein. Oh, nein. Wetten, du holst mich nicht ein. Wetten, du holst mich nicht ein. Du holst mich nicht ein. Scheiße. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Danke, Wolfie. Wir schießen jetzt schon wieder mit uns. Ja. Ey, 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 ey. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, oh, lol, ich steige dich. Ich will nicht Vater werden. Haha. Hallo, Wolfie. Oh, Alter. Alter. Wie der ist Auto verhalten oder war ich? Ich geh dir auf mich. Ich hab das Auto machen, ein bisschen instabil. Wollt ich jetzt, wenn ich dich so ganz sehen werde? Ach du, oh, Gott, Alter, sie haben gerade einen Menschen angefahren. Was ist mit dir? Jetzt stehen sie auf seinem Kopf mit ihrem Rad. Oh, lol. Licht steht uns im Weg, kein Stau für unten, Leute. Oha. Mann, Red, gib Gas, ich muss zum Gate. Okay. Zum Gate? Ja, Flieger, you know. Ab nach, keine Ahnung. Ich hab zum Gate verstanden. Sie gesagt, ich bin gated dich, denn? Haha. Aua. Ja, mit viel. Hey, Kami, aus der Weg. Ja, Alter, wie das Zeug auch rumwacken, ne? Wie damals mit dem, äh, mit dem Mobmenü. Alter. Ich hab geschrieben. Also, komm mir so ein Polizei aus dem übel schnellen Ah, ich bin auf der Autobahn gefallen. Warte, ich komm runter. Tut mir leid, darf ich ganz kurz ihr Auto benutzen? Das ist für ein Social Experiment. Oh, Gott, Alter, ich würde fast immer fahren. Wir fahren auf den anderen Heidelberg. Okay. Okay. Ich hab ne rote Geeklass, genau unter dir. Oh, geil. Dann darf ich die? Hey, die ist noch nagelneue. Die hat nur einen ganz kleinen Kratzer vorne, weil er mir draufgebracht hat. Ja, da ist er nicht nagelneue. Aber er ist vollgetankt. Ah, okay. Wobei, er ist noch neue, doch. Er hat keinen Kratzer bei mir gerade. War er wirklich keinen Kratzer? Wo ist er denn? Bei einer Synchronik Südnachtner. Wo ist er denn? Oh, danke, oh. Wo bist du hin? Jetzt hat er einen Kratzer. Ach, nein. Ach du, Greg, das bin ich. Au, au, au. Alter. Er fährt wieder. Er fährt wieder. Och, Mann. Aua, au, au. Hey, hol uns. Ich muss ins Bettchen. Böde, der kam jetzt auf das Auto geflogen. Ja, du kannst schreiben. Kein Handy am Steuer, okay? Ich fahr ja nicht mal, Mike. Das klappt so. Ja, trotzdem. Wir können ja jetzt mal... Wir begeben uns jetzt aber zu meiner Spielhalle. Und dann... Ja. Hallo. Also, mein Kind hier würde ich echt noch irgendwas anschauen. Das war ich. Polizei, verfolgt doch mal Red. Der hat viel Schlimme. Ich bin einer von euch, man. Alter, die verstehen sie einfach auch nicht. Junge. Da vorne ist Target. Oh, danke. Ach, Junge. Was ist ein Polizeiauto-Idiot? Ja, ich verstehe es nicht. Ich bin einer von denen, aber... Ich verstehe es nicht. Komm, Red. Oh, lol. Oh, was ist schon heiß. Mein Gehen fährt falsch. Achso. Oh Gott. Wo muss ich denn durch? Oh, lol. Das... Oh. 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 Oh, Mann. Jetzt beruhigen wir uns. Jetzt machen wir noch die Mission, ja? Okay. Wolfi, guck mal. Ich habe ein neues Auto. Sind ich mir fahren? Wir schießen jetzt schon wieder. Och, Mann. Wir fahren. Alter. Wurdest du gerade vor dem Lastwagen angefahren? Kann das sein? Oh. Nicht ganz. So, Leute. Steckt ein in meine... Alter, alles klar. Boah, Alter. Die Kombi-Limousine. Ja, ja, ja. Geil. Oh, geiles Auto. Oh, ja, geil. Nein. Ich fahre den auch nicht kaputt, Red. Ich fahre ganz vorsichtig. Wolfi? Mein Name? Wieso kommst du nicht zu uns? Ja, das ist schwer. Nein, nein, nein. Nicht kaputt fahren. Das ist Red-Sign-Auto. Alter, ich habe es nur ausgeliehen. Dann bin ich am Arsch. Nein. Oh, scheiße, Red. Ich habe einen Kratzer gemacht. Oh. Oh. Okay. Man kann es auch so machen. Komm, Wolfi. Äh, Red. Noll. Noll, Junge. Was ist immer das jetzt? Ich will hinten einsteigen. Junge. Deine Scheiße. Oh, tu mir leid. LOL. Wie synchron. Ah, perfekt. Oh, da kam noch was. Hallo, hallo, hallo. Wo ist Wolfi? Ah ja, Wolfi, kannst du kurz sprechen? Ich weiß gar nicht. Red, halt mal die Schnauze. Äh, Wolfi, kannst du kurz sprechen? Ja. Okay. Danke. Geh. 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 Nein. Nein, 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 nein. Oh. Oh. Ja. Ja, da rein da. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin drin. In meine Spielehalle reingeräumt. Müssen wir da nicht rein? Müssen wir da nicht rein, Red? Wow. Coole Autos. Kann ich die auch kaputt machen da drin? Ah, nee, schade. Ich glaube aber, wir müssen den Aufnahmedingens auf morgen verschieben, der heißt, weil ich muss dann nochmal weg. Weil die heißt dauert über eine halbe Stunde. Ah, okay, schuldig, dann verschieben wir das auf morgen oder so. Verschieben wir die heiße auf morgen. Okay. Bei mir abends erst. Morgenabend. Dann was? Ja. Ich erkläre, wenn wir uns erstmal selber noch mal... Ne was machen? Anfrage. Freundschaft. Ah so, ja. Aber dann könnt ihr einfach auf Handy... Geht auf Handy, auf Kontakt und dann kannst du ihm direkt ne F A stecken, wenn du auf Dein drauf gehst. Mann, wieso kann ich dich nicht hauen? Du siehst du pechst dich auf. Dann kann ich mich nicht bewegen. Hilfe. Wie kann man die Modes machen? Ja, ja, kann man mit B. Ich teuer dir gleich eine, wenn ich könnte. Ich, ich... Nimm mal einen Futschfinger. Oh Gott. Das ist jetzt abtörend. Okay. Guck mal, guck mal. Ist es so richtig? Ist es so gut? Siehst es so gut aus? Ich seh's gar nicht. Ist denn mein Hinterkopf? Nimm einen Futschfinger. Was ist das? Ich muss auch einen Step back und jetzt wieder einen Step hin und jetzt... Futschfinger. Ey! Futschfinger. Seid gut, dass hier keine Waffen sind. Da sind Waffen. Oh, wo du Autos... Nein, 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 nein! Futschfinger. Futschfinger. Tut mir leid, jetzt habe ich aber einen Lohn von 14.000. Mehr als vorher. Ich geh jetzt auf. Oh nein, 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 nein. Du hast den Baum verfehlt. Oh, oh, Alter. Was habe ich? Oh, scheiße. Ich habe euch beide verfehlt. Warte, Wolfi, nicht schießen, nicht schießen. Lass mich nicht wegfahren. Wolfi, wir können über alles reden, okay? Das ist nicht dein Ernst. Alter 4, nee. Das siehst du jetzt nicht mehr an. Tschüssi, Leute. Tschüss. Auf Wiedersehen.